Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, heute wollen wir mal den Explosivschuss von der DC-15LE ausprobieren. Den habe ich gerade ausgerüstet. Da vorne seht ihr diesen dicken Stöpsel dran. Und mir, ich habe ihn schon mal ein bisschen getestet. Er ist ganz cool, muss ich sagen. Hat ganz schön Wumms jetzt die Waffe. Aber wir wollen natürlich den Sniper noch ein bisschen skillen. Mal reinhalten. Irgendwas getropfen. Jawohl. Mann. Ihr seht, immer wenn man irgendwas trifft, explodiert das nochmal dazu. Das ist natürlich klar. Ist ja auch ein Explosivschuss. Und das macht nochmal einen Schaden, also wenn man den nicht direkt trifft. Das finde ich ziemlich gut. Gut und cool gemisch. Gut. So, okay. Dann lasst uns ein paar Punkte machen. Eine Runde Naboo habe ich gerade schon gespielt. Die wollte ich nicht schon wieder aufnehmen, weil wir irgendwie nur noch auf Naboo landen und auf Katschik. Ich bin ganz neugierig, wann wir mal wieder auf eine andere Map kommen. Ich würde mich darauf freuen. Weil es ist ein Gegner. Sehr nah. Captain Rock. Wo war er denn hin? Oh. Ich konnte mein MTT nicht retten. Verdammt. Ja, man macht echt gut Punkte damit. Oh, MTT. Gut. Von Stufe 19. Wir sind knapp vor Stufe 20. Mit den Fahrzeugen. Ja, ja. Ja, so steht, ne? Schade. Da laufen sie schon vor deiner Nase und du erwischst sie nicht. Oh, oh, ne. Da kommen wir nicht hin. Scheiße. Oh, Stufe 20. Oh. Wir haben ja auch noch nie auf dem Flieger mit geschossen. Krass. Wow. Läuft ja gerade ganz gut. Gut. Läuft einfach an mir vorbei. Alles kalt. Mann, du weißt jetzt Bräu, nicht? Da kommt einer. Oh. Läuft einfach vorbei. Hey. Das Ding hat einfach keinen Rums, ne? Das ist das Problem. Nix Rums hat es. Äh. Den krieg ich doch, oder? Ah, was? Kann doch nicht sein. Nur dumme Assists. Komm, komm, komm. Ah, gut. Wir haben Schmeckels, was ich erwartet habe mit dem Ding. Hup. Hup. Kann's ja mal versuchen. Aber ich glaube nicht, ist das da gut im Fahrzeugschaden. Ich würde schön noch mal aktivieren. Die letzten 12 Sekunden laufen. Keiner läuft vor meiner Nase. Eine gemütliche Fahrt. Nein, ich hör's doch. Hilfe. Kann nichts machen. Ich werde rausgeworfen. Und ich schieße alle drauf. Voll gefährlich. Okay. Da oben. Blöder Ganatenwurf. Da oben ist er. Okay. Da fliegt er noch mal weg. Nein. Cool. Was war das denn? Da kann er sich nicht ververstecken. Ich aber auch nicht. Oh, fast überhitzt, überhitzt, äh, gekügelt und... Ah, ich laufe. Hey, da fliegt er. Scheiße. Sind alle hier. Oh, was war das denn jetzt? Er hat durch den Kollegen durchgeschossen? Wie krass ist das denn? So, was haben wir denn schön? Das ist im Angebot. Ein bisschen fliegen. Also das Geschütz ist ganz cool. Jetzt müssen wir nur noch die Waffe vom Sniper fertig kriegen. Dann haben wir alle Waffen freigeschaltet und alle Upgrades. Das ist ziemlich geil. Was hat er denn da? Stelle Kontakt hier. Da ist er. Kann ich zielen. Oh, es ist. Vorsicht, es ist anzuraten. Der war hinter mir. Dann habe ich nicht gemerkt. Vorsicht, es ist anzuraten. Ich will aber jetzt irgendwie... ...den Sniper ein bisschen spielen. Komm. Die ganze Zeit in der Luft wieder. Dann bin ich wieder Erster und so was. Nein, Quatsch. Oh, er hat sich doch noch zum entschlossenen Panzer zu werden. Na, es sind Roboter. Die können sich verwandeln. So. Wäre cool, wenn wir so Transformer mäßig hier durch die Gegend latschen könnten. Das ist doch was so leise wäre, ne? Was? Das Überhitzen ist echt heftig. Was habe ich geschickt? Ich schieße mal. Scheißschwere Truppler. Kerl. Umzingel von tausend Gegnern. Aber er schießt auf mich. Maus, bist du da? Ich habe auch gewartet. Ich habe auch gewartet. Ein Fahrzeug gewartet. In den Bäumen. Nein, MTT. Wollen wir aber richtig rum? Ich habe die Hälfte der HP verloren. Du gehörst in mir. Ist da eine? Meine eigenen? Oh, wie die Hölle. Okay, HP gibt es wieder. Also die Wirbelattacke ist echt fies von denen. Aber da eine Kontrolle zu behalten ist auch schwer. Oh, scheiße. Du gehörst nie. Was war jetzt los, ey? Mann. Und wer tötet mich denn? Ein doofer Truppler. Ich bin im Nest voller Helden. Naja, das ist mein Problem. Immer wieder, wenn ich Helden nehme. Da war jetzt auch auf der Stelle kein Mensch mehr plötzlich, ne? Überall wo ich war. Okay, das war doch komisch, ne? So. Ja, Imperator. Das sind Arschlöcher. Pass auf. Oh nein, sie dürfen ihn nicht treffen. Da hat er schnell geschossen. Das ist nur Ergang. Ah, der wäre gut getroffen. Imperatorlein. Da hauen sie alle vorab, weil der einfach nur überstark ist. Und scheiße. Ja, wo sind sie jetzt wieder? Ist eigentlich ein Flieger. Da ist ein Finn. Finn ist down. Kackel ist wichtig. Oh. Ja, zu schnell für mich, weil du zu klein bist. Du madiger Madenmann. Okay. Der MTT macht das schon irgendwie. Warum hab ich eigentlich die Waffe erkrumpiert? Mitten in der Rolle. Roski? Das wollte ich gar nicht. Das war richtig. Warte, dass wir das gesagt. Das geht los in den Sport. Fußball. Ehrlich? Was sagt ihr jetzt? Nachdem er 300 Mal getroffen hat? Vorsicht, Vorsicht. Da kommen wir. Ja. 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 Ich brauch den Kill da mit. Verdammt. Oh. Guck mal. Einfach angucken. Bup. Tod. Der Blick des Todes. Nein. Jetzt lohnt es sich das auch nicht mehr. Der MTT ist ja gleich da. Eine Runde fliegen vielleicht noch. Das könnte noch was werden. Zwölf Kills? Das ist ja gemacht. Vorsicht. Nein. Da kommt echt noch Späler. Eine schöne Flugaktion. Flinker Naboo-Fighter hier. 16 Sekunden vor dem Zeitplan. Lies jetzt die Klone in der Nähe an. Und macht uns bereit für Phase 2. Es ist... Okay. Jetzt geht es um die Wurst. Wo ist denn hier der Palast? Da? Da werde ich nicht reinkommen. Na ja. 13 Sekunden noch weg. Wir müssen. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Na welcher Zeit wird Gewinn? Da ist doch ein Palast. Ich stehe. Komisch. Los geht's. Ich finde das hier eine geile Position. Muss ich zugeben. Der habe ich für mich entdeckt. Hier oben drauf, wo er jetzt ist. rausgekommt. Oh, da hole ich ihn weg. Wo sind die denn alle? Setze Toxie. Ein Wookie. Okay, wir sind drin. Gefang. Liebe die Ärgerpistole. Da ist der Yoda-Fugger. Was macht er denn da? Und wie macht er das? Schauen wir es los. Roger, roger. Roger, roger. So. Ja. Da muss er irgendwie klappen. Das war der mächtige Yoda-Spieler, ne? Irgendwo ist er an Solo. Das wäre so gasig hier. Da ist doch nichts. Warum mache ich das? Warum mit der blöden Waffe? Also, jetzt muss ich leider sagen, ist der Sniper fehl am Platz, ne? Jetzt brauchen wir echt einen Boom-Boom-Soldaten. So. Ein Boom-Boom-Typ. Mach dein Boom-Boom. Mein Lieber. Oh. Ich glaube, er hat ihn nicht, ne? Er würde sonst nicht weiter in der Richtung schießen. Wow. Ist ja immer noch ein Offizier. Ich glaube, ich bin draußen. Hallo. Ich bin rechts hier. Oh, war ein Wookie. He, 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 he. Wachtgeschütz-Modus aktiviert. Nicht-identifizierter Verbündeter ist eingetroffen. Kriegen überhaupt keinen Schaden dahin? Schocken, keinen. Oh, da hat er mal was gewummst. Äh, ist ein Wumms, doch. Einheit überdrückt Steuerung der Ausführer. Aber diese Kühlung ist sehr langsam. Boah, Headshot, ey. Mit dem Ding. Wachtgeschütze, online. Er klappt, er klappt stehen. Eiskalt. Boah, ho, ho, ho. Kein AP mehr, ey. Kennt mich selten rein in dem Loch, der hier. In dem reingeschossen. Von wo denn? Ich soll die Galaxis beschützen? Wie soll ich das denn alleine machen? Oh. Präzisionsschuss, aha. Boah, Punkte. Super Punkte, ne? In der Runde bis jetzt. Kann man sich mit sehen lassen. Flusstreppchen, aber zu wenig. Bleib Wasser, mit ein bisschen HP. Okay, überbande da hinten. Was war's? Leider, leider erfolglos. Aber da waren auch viele Punkte. Sehr schön. Pui, pui. Pui. Die Operation ist gescheitert. So, mit O. Hat leider nicht gereicht, aber punktemäßig war ich gar nicht so schlecht. Das ist echt eine Gewöhnungssache, ne? Da, Stufe 20, Artillerie. Genial. Belohnung, 1000, Credits. Endstufe erreicht, wa? Jaku. Oh, ich hasse Jaku. Jaku, meine ich. Na, gib mal alles hier. Das. Schockgranate ist voll Mist. Dann sichten wir jetzt erstmal ein paar. Mal so aus Spaß. 12 Sekunden sind sie angezeichnet. Gibt es noch mehr Punkte? Ne. Oh. Wenig Spieler. Die Lage ist voll. Wir wollten auf Jaku einen Droiden von den Schrottsammlern kaufen. Eine halte in reale Einheit mit Daten, die wichtig für die erste Ordnung sind. Wir haben den. Soweit. Aber jetzt landen überall Truppen der ersten Ordnung. Wir müssen sie bekämpfen, bis wir eine Exfiltrationsrufe haben. Haltet den Landeplatz und die alte Reaktorkontrollkammer so lange wie möglich gegen die Drucklache. Nicht zurückweist. Sie haben sie sich unter, ne? Nur fürs Gucken. Die erste Ordnung reicht an. Wir verlieren den Landeplatz. Oh, ich geht schon los. Ne? Komm mit ihm. Das geht nicht. Haben wir noch gesehen. Mehr Leute zur erster Steuerung. Los. Herr Winkler, den hat man gerade schon, da. Wow. Was? Wie? Instant, ne? Ja, cool. Aufklappen. Kein Gegner in der Luft. Das ist blöd. Oder auch gut. Oder nicht. Das war ein kurzer Flug. Die haben schon erobert. Warum bin ich denn schon wieder in dem Team, was immer verliert? Mann, das war eine 50-50-Chance. Ich habe aber irgendwie nur eine 2% Chance, im Gewinnerteam zu sein. Das passt so gut wie jeder andere. So. Wollen wir mal beschützen. Das schaffen wir eh nicht. Von der Motivation. So. Wir werden auf Greatment ein Fernglass spielen. Das ist bestimmt cool. Warum ist denn das so überruhig gerade? Das gefällt mir gar nicht. Warum rennt der einfach von links nach rechts? Oder von rechts nach links? Der auch. Skurril. Kommt mal vermarkiert. Dann sieht das sonst keiner. So. Wie kommt der hier rein? Hä? Okay. Ich haue hier ab. Das Eck. Das ist doch schief. Ich brauche HP. 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 mehr Kills mit der Waffe. Die Waffe ist einfach nur schlecht eigentlich. Oh. Wollte ich es gerade sagen? Hahaha. Erstmal so eine Salve Headshotzen kriegt. Da kommt keiner, Kollege. Wo kann ich weggehen? Kampfläufer gefällt mir hier mal gar nicht. Wir sind in Unterzahl. Wir verlieren das Lager. Ja. Das ist natürlich schön. Irgendwie ist ja alles schief in Jakku, ne? Doof, wenn die von hinten kommen. Ich kann ja äugeln, aber das funktioniert ja nicht immer. Er wollte uns erobern, ne? Er wollte uns erobern. Ich schaffe das nicht. Oh, 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 oh. Boah. Ich verstehe nicht, wie der hier rein marschiert. Obwohl, der ist gar nicht richtig drin, ne? Der 70er Sniper. Spielt wie ein 12-Jähriger, der seine Hausaufgaben noch machen muss. Weil er die Waffe nicht hat, die er will. Aber er will alle freischalten. Das ist ja der Sinn und Zweck, dieses Games. Hier. Auf Distanz schießt er nicht. Seht er wem? Ist er kein. Wir sind im Lager. Was nicht so nett ist. So, scheiß Wurf. Oh, oh. Ach, ich lebe noch. Boah. Dieser Berg. Wir können den Berg natürlich nicht hochrollen. Ach, Jakku ist nicht meine Map. Ehrlich nicht, ey. Ich mag Jakku nicht. Das ist einfach der langweilige Map. Und teilweise super doof gemacht. Jetzt verlieren wir den Bereich. Der Teil, der danach kommt, der ist ganz spannend. Aber das war es dann auch. Wir haben es aber eine Sekunde gut zurückgehalten. Wir versuchen, die Ausgänge in der Nähe zu sichern. Wenn wir das schaffen, gehen wir raus und hauen uns im Kuhigen ab. Oh, cool. Wenn die Erste Ordnung uns zurückdringt, naja, eine Chance haben wir dann auch. Hehehe. Kiekel. Super daneben geschossen, Tim. Das müssen wir erst mal schaffen. Oh. Ich habe eine Held getötet. Ich habe einen Später gefilmt. Ich habe einen Später gefilmt. Ich sehe ihn nicht. Also, was geht hier ab? Ich liebe diese Stelle. Ich liebe diese Stelle. Ist die Tür offen oder zu? Ich sehe nichts mehr. Boah, alle halten die rein. Und so was, die können auch von hinten kommen, ne? Was macht ihr denn da? Ach, ich habe gar keine Granate. Wäre eh nur eine Schockgranate. Hier ist der. Da kann man rein. Sehr geil. Da ist noch so ein Schocki hier rein. Keine, das sieht man Schock. Das ist eine doppelte Suche. Fassi haut sofort wieder ab. Die feige Nuss. So lacker, du. Also, wir kommen ja einmal ums Eck und dann hauen wir wieder ab. Boah, jetzt sind sie hier oben, ne? Sie wollen den Ostausgang. Sie wollen den Ost-Irgendwas. Der neue Verbündete hat's drauf. Bumm. Okay, da ist aber einer langgelaufen. Thermaldetonator. Boah, wir haben mal ein paar Kills gemacht, ey. Ich bin ein bisschen erfreut gerade. Wo ist der denn? Okay, selten, dass ich den zuerst einnehme. Also echt was. Ich was. Leia. Prinzessleia. Es kommen jetzt mal alle. Müssen ja eh lang, ne? Erstmal ohne Schock. Heute schon geschockt. Schönst. Seh nicht. Es explodiert einfach zu viel. Ja, der kült aber auch nicht ab, wenn man zielt, ne? Markiert. Oh Mann, wie gemein war das denn? War eine schöne Killserie. Die war so schön. Ein Wookie. Wir beschützen diesen Ort. Wir schaffen es tatsächlich auch. Wookie 22. Das ist ja auch schon mal einiges, ne? Okidoki. Mit den Wookie. Mir fällt die Ecke da unten noch besser. Ich hab gescannt. Kommen sie wieder? Hier ist wieder aber echt gut gehalten, ne? Ah. Fertig Damage. Die kommen wir nicht. Hier rein. Die Lumen. Schweine. Ich hoffe es nicht. Oh. Oh, du Armer. Mit denen noch ein paar Punkte machen, wäre cool. Was ist denn mit euch jetzt? Jetzt gerade fetzt ihr uns voll weg. Und jetzt gibt er auf, oder was? Oh. Das ist gar keine Sau. Doch einer kam da, aber das... Hahahaha. Harnte Popo. Manche würden das Pech nennen. Ich nenne das Glück. Ok, schnell, schnell, schnell. Oh, sie haben ja abgeprallt. Laserschwert, das ist gut, das ist schlecht, das ist ein Sturmpuppo. Das ist gut. Das ist nämlich unser Luke. Das kann doch nicht sein. Das ist schon wieder eine Harnte, Popo? Der arme Kerl. Luke. Mach dich so ein Umfug. Ha, das reimt dich sogar. Aua. Was? Ist ich gestorben? Ist das seltsam. Jawoll. Voll schlecker Stufenaufstieg. Wer, 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 wo? Ich kann hier so hin. Ha, scheiße. Ich habe mich nur ganz kurz gerettet, aber wirklich nur ganz kurz? Ja, werde das hier niemals bekommen. YouTube 3, 2, 1, Spiele. Sims, Sims. Ja, punktemäßig wieder mal ganz da oben mit dabei, aber nicht viel, ne? Dabei fühle ich das Gefühl, dass wir wirklich gut sind. Die Lage ist schlecht hier. Wir verlieren den Westausgang. Schon wieder? Hört auf. Bin ich? Bin vielleicht falsch gelaufen? Boah. Scheiße, zieh aus. Eine Lampe. Vorsicht. Keine Sauen. Weit wie weit. Verlängerung. Das geben sie alles. Ich übernehme das. Ich übernehme das. Lack. Scheiße. Verfrände keine Schüsse. Wie denn? Gute Munition war was. Und geschafft. Jawohl. Ich liege das, dass wir mal eine Runde siegen. Das ging ja echt steil ab. Am Anfang. Wir haben 20 fucking Kills, ey. Nicht schlecht. Aber von der Punkte her gibt es kein Träppchen, glaube ich. Könnte Fünfter gewesen sein. So schon kann ich aber nicht rechnen. Ja, Fünfter. Der Wookie natürlich. Nur als Wookie gespielt. Just the Brave ist natürlich wieder mal Erster. Wer auch immer das ist. Ja. Stufen auf die Belohnung. 1000. Geil. Hier. Huh, ich bin ja gar nicht mehr so viele. Nochmal Jakku. Weiter. Und es fehlt ein Spieler. Na wunderbar. Wenn ihr die Folge seht, bin ich wieder verarbeitet. Yeah. Nur noch arbeiten. So. Da ist der 1100. Vielleicht macht das doch gar nichts eigentlich, ne? Außerdem tut die richtig geil. Wie Leas Pistole, finde ich. Das ist der Truppler-Angluss-Mann. Der Widerstand wollte auf Jakku einen alten Imperialen... Aha, was ist denn? Der Truide mag vielleicht unwichtig wirken. Aber ich versichere, er ist äußerst wertvoll für die erste Ordnung. Und der Widerstand wird dafür töten. Wer wird töten? Wir übernehmen das Rack und verhindern, dass sich der verdammte Widerstand absetzt. Sichert den Landeplatz und die Reaktor-Kontrollkammer. Dort beginnen wir unseren Angriff. Noch ein. In der Reaktor-Steuerung. Beginnen jetzt mit Sicherung. Sehr, keine Sau. Wird auch nicht springen. Das kann ich der Sniper, finde ich jedenfalls. Unsere Truppen haben die Reaktor-Steuerung erreicht. Sie ist alle nicht. Für euch. Was ist denn da hin? Mittendrin. Der muss ja mitten... Der ist halt der Sniper und schießt daneben, ne? Ey! Das ist doch nur ein Offizier. Der kann doch nicht so stark sein. Wow! Danke. Er hat sich geopfert. Zwei Kills mehr auf der Liste. Was war das denn wieder? Wo kam die denn überhaupt her? Die hab ich ja nicht gesehen. Aber mit viel ein paar Pückchen. Du und ich. Weg ist er, der AT-ST. Erste Ordnung. Wo bin ich denn jetzt hier? Einfach mal draufdrücken. Müsst du doch sehen. Der hat doch den Kopf. Ne! Wie geil war das denn? Unter Kontrolle. Nächstes Ziel ist der Landeplatz. Landeplatz. Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich glaube, ich habe Fieber. Mir ist total heiß. Ah, die Waffe ist gut. Doch, die ist geil. Ah, aber die Kühlung. Sie, und sie, sie überhitzt so schnell. Die lümmelige Lümmelwaffe. Schade. Punkt, da würde ich auch mal damit machen, ey. So. Schrober Alexander. Vielen Dank. Äußerer Bereich gesichert. Vorrückung. Wir dringen tiefer in das Brechtbohr. Bam. Wer wiederkommt, will sich mit dem drückenden Absetzen. Und es ist mehr als erwartet. Das wäre aber, wenn man jetzt so angekühlt hätte, ne? Oh, da rüber ist sogar noch einer. Mächtig. Großer Fehler. Also, da lief einer. Ich habe ihn gerade gesehen. Aber er hat ja nicht viel Zeit, ne? Gut. Schlappmann, kommt hier nicht hoch. Ey, der ist die Dieb, du! Ich habe doch markiert. Ach, du Arsch! So egoistisch, ne? Aua, aua. Ich komme gerade einfach raus. Oh, da muss ich nicht markieren. Oh, da muss ich nicht markieren. Husten. Da werden wir scannen. Pass auf. Ich bin schon da. Aha. aber ich habe gesehen gemeiner wir haben keine zeit man der et ist die Verstärkung drückt ein. Einer der besten Agenten der ersten Ordnung. Ne. Haben wir den geklaut. Nehmen wir den Bereich ein. Tor fort. Den müssen wir von hinten beschützen, Leute. Den nehmen einen. Ich dachte, Jakku kann ja schon Spaß machen. Finn. Finn ist ja kein Anführer. In meinen Gedankengang. Und wir kriegen endlich den Ruin. Scheiße. Boah, jetzt hab ich schon das Feuernchen. Erkennt ja nix. Shitter. Hier dürfen sie glaube ich gar nicht hin. Westausgang. Südausgang. X-Ausgang. Irgendwas sagen. Warum auch immer. Widerstand am Westausgang unter Kontrolle. Hier sieht's doch ganz gut aus. Wow. Kommandeur des Widerstands im Einsatzgebiet. Identifizierung nicht möglich. Wo denn? Wir lassen uns mal hier gerade einnehmen, ne? Bis auf einer, der hat den Verteidigter. Kommt jetzt. Gegner. Was seid ihr? Hätte meiner sein können. Warum? Ihr habt dich gesehen. Sie wissen, dass Sie den Ostausgang nicht verlieren dürfen. Sie werden reagieren. Oh, oh, oh. Wo kam der denn her? Den hab ich gar nicht gerechnet. Okidoki. Das funktioniert ja ganz gut hier mit dem Sniper, ne? Es war eher so ein Angriffssniper jetzt. Aber er funktioniert doch ganz gut. Jetzt waren wir schon mal da. Jetzt sollen wir da auch weitermachen. Keine halben Sachen. Höre einen Wookie. Da ist er. Wo geht ein Mann? Wow. Es ist ein Tap. Mach ich denn hier. Andere Waffe. Verkühlen. Das siehst du ja gar nicht. Was kommen sie aber hier? Verteidigen? Da ist mein Tod. Wollen wir ruhig bleiben? Da fühlst du die Waffe einfach kacke. Da hab ich dich mal gesehen. Warum schießt du denn? Kommt her jetzt. Feigen. Wir sind am Ostausgang in Stellung. Ich mach Punkte. Weil ich so ordentlich angehittet hab mit der blöden Ärgerpistole. Und sogar jemanden getötet. Nicht ganz, oder? Doch, hab ich zielorientiert. Perfekt. Das lief doch. Schönst. Schönst. Killst du aber jetzt erst? Schlecht. Oh, oh. Boah. Kill es erst. Ziehen wir es gemeinsam durch. Granate? Da ist es echt tricky. Ja, ja, binden sie sich schon alle. Wo müssen sie da öfter nochmal schnippers? Oh, das ist ja. Kann ich's noch markieren. Markieren ist kaputt. Ach, mal überall hängen, ne? Der will doch nur ärgern. Nein. Oh, der stirbt. Der stirbt an meinem... Der hat ja kaum mal P gehabt. Mann, fast... Der ist nicht gestorben, ne? Da hinten war er wieder. Hat er mich sogar noch erledigt. Heftig. Schade, ist ja auch nix mit Helden, ne? Was ich da mal zwei Sekunden als Held spielen kann, oder so? Nö, ist nicht. Los, komm. Sturmangriff. Wir können die auf allen Seiten verteidigen, wie die Helden. Hä? Was kannst du gar nicht? Hör auf damit. Was ist denn mit? Was ist denn mit dem Wut hier am Schießen? Schießen? Na, so kriegen wir die Hände mit drei. Neuer Verbündeter eingetroffen. Alle rennen sie los. Schade. Aber gut gemacht. Aber das war ziemlich ausgeglichen jetzt von Balancing her. So, egal was jetzt kommt. Eine Runde ziehen wir nur durch. Das kann ja wieder kein Schick sein. Wetten. Immer nur diese großen Maps. Plätzchen. Nein. Sturmtruppe. 501. Kuh, grüß dich. So, ganz schnell, schnell. Was muss ich noch machen? Wie viele noch? Herausforderung. 13. Das ist aber viel. Endor. Jawohl. Endor ist cool. Hm. Der hat doch bestimmt schwer mit Frauen finden. Oder ist das eine Frau? Der hat das Ding Brüste? Naja, der sieht schon sehr wapplich aus den Augen her. Was auch immer das hier heißen wird, ne? Langes Warten. Langes Warten. Alle Rassen des Universums. Ohne den Todesstern evakuiert das Imperium alle Außenbosten. Wir müssen diesen erobern, bevor irgendeine Waffe von hier weg kommt. Evok! Wir brauchen Feuerkraft für die Basis vor uns. Und wir setzen dazu die Waffen des Imperiums ein, übernehmen einen Kampfläufer und marschieren vor ihrer Haustür. Wir begründen Hauptcomputer, Treibstoffstation und Kampfläuferbuch. Bewegung! Das war gut, weil ich schnell war. Wenn ich damit gerechnet, ne? Ich kann dich nicht retten! Das war gut, der ist jetzt. Mit der Idioten. Überbrückung der Treibstoffstation startet. Hä? Klar, Frontkämpfer kann so weit schießen, ne? Und so stark dann noch. Wird wieder fern, das wird wieder riesig geschrieben heute. Steuerung der Treibstoffstation zurückgesetzt. Wir haben die Überbrückung verloren. Nein, das war E. Ich wollte W drücken. Können schon hierher kommen? Oha. Au. Uh, der meint das aber ernst, ne? Was? Oh, fuck you, ey. Ich dachte, der fällt tot um. Das waren zwei Salven, volle Bulle. So. Wir oobern ja ganz gut, aber die kommen ja bis nach hier. Wir haben die Steuerung der Kampfläuferbucht verloren. Kampfläuferbucht. Kein gesichtet. Überbrückung online. Übernehmen Steuerung der Kampfläuferbucht. Woll. Kommt nur her. Spürt die Macht meines Blasters. Was muss das jetzt sein? Boah, wie lange man nach der Zielerung führt. Kampfläuferbucht unter Kontrolle. Woll. Das ist kein Feiner. Komm. Das ist unser eigener Punkt. Stellung ein. Da kommt's. Ach, falsch. Unsere Verbindung zum Hauptcomputer wurde unterbrochen. Mann. Die Schweine. Fuck. Das ist schwierig damit zu spielen. Ehrlich. So, wir warten auf dem AT-ST. AT-AT. Wir haben's ja jetzt gerade eben geschafft. Dauert jetzt 100 Jahre, bis die Energiekabel gelöst sind. Ich liebe das an Endo einfach. Diesen AT-AT. Ich liebe es. AT-AT. Guck mal, ob ich ihn noch bekomme. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der gerade hier kämmt. Ich muss das Licht an, ja? Ja, Licht anmachen, hat er gesagt. In dieser Phase verfügbar. So schnell wie ich kann, das Anstieg im Finger. Er hat HP. Was heißt? Ihr AT-AT ist unterwegs zur Frankreich-Marke. Stimmt überhaupt nicht. Bleibt bei ihm und eskortiert ihn. Ich rechne damit, dass das Imperium tragbare Raketen einsetzen wird. Tragbare Raketen. Boop. Komm, grillte doch. An sich ist er gar nicht so gut, ne? Nur das AT-AT ist gut. Spezialagent der Rebellen trifft ein. Auf. Boah, 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 boah. Auf. Vielleicht sollten sie das Artillerie-Zeugs ein bisschen... Ach, das wollte ich gar nicht. Ein bisschen weniger machen, dass man nicht so oft Artillerie schießen kann. Was ist das gemacht? So. Was hier wohl da hinkommt? 57 Sekunden? Mein Artillerie-Strike hat nichts getroffen. Boah. Das ist ein Baum? Das ist ja der Zahn. Wohin? Mist. Das ist ein Treffer. Sie beschießen den Kampfläufer. Hört auf, ihn zu beschießen. Er hat euch gar nichts getan. Er läuft doch nur. Ich kann nichts machen. Ich komme nicht so hin. Ich will den da erwischen. Bam. Nicht-identifizierter Verbündeter bekämpft Sturmtrupp. Boah. Direkter Treffer beim Kampfläufer. Ich sehe nichts. Ich weiß, was ich machen soll. Schilder aktivieren, wenn nicht. 18 Sekunden nur noch. Scheiße. Baum. Kampfläufer an der Schlucht. Kontrollpunkt 1 erreicht. Nein. Was macht der denn? Wer konnte dich mal abfeuern? Hat er geschossen mit der normalen Waffe? Naja. Wir müssen mich erstmal finden. Lius und Frau. AT, AT. War schön. Ein paar Kills gemacht. Nicht viele, aber welche. Wenn wir ihn nochmal kriegen, nehmen wir ihn natürlich sofort. In die Höhle rein. Ich konnte jetzt nichts machen mehr, Mann. Maximal Landzeit im Spiel. Okay, der ist jetzt seit ein paar Sekunden erst drin. Wir können aber trotzdem warten. Die Zeit, die nehme ich mir. Ist ja eh eine extra Länge heute. So, ein Stück alle getrunken. Dann läuft das doch auch hier mit dem AT, AT. Ah, hat mich schon so freut. Da sind wir wieder in dem AT, AT. Rakete im Ziel. Kampfläser beschädigt. Da geht das gar nicht. Krass. Ich komme nicht auf Kuh. Achso, ich bin immer noch in. ein Artilleriefeuermodus gewesen. Das habe ich nicht gemerkt. Boah. Ich weiß nicht, wohin. Der Wald scheint sehr bewohnt zu sein. Jawoll. Von mir in hierhin. Der Link. Lümmel. Weiter, viel weiter nach hinten, bitte. Ich glaube, es sitzt. Da habe ich mich gerettet sogar. Boah. Boah. Das ist ein Evok. Ein Evok. Ist doch einer. Ja. So ein Blödmann. So ein Gemeiner. Schilder sind aktiviert. Jetzt läuft ich doch keine Sau. Zeit läuft. Er meldet Schäden in mehreren Bereichen. Er meldet Schäden. Oh, sehr schön. Der ist gut, glaube ich. Das sind noch 35 Sekunden. Das ist viel. Jawohl. Komm, 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 komm. So nix. Jetzt habe ich so eine doofe Phase, wo du um den Wald läufst. Keine Gegner siehst. Verdummt. Der Schuss. Treffst du sogar was? Das war Lack. Der ist keine Sau. Jetzt kommt die geilste Phase, wenn sie alle reinrennen. Aber ich glaube nicht, dass ich die Zeit noch habe. Da. Sauberst. Nämlich jetzt. Was? Ich bin rausgeflogen. Warum? Die Zeit zu Ende. Ich habe mich gemerkt. Es kommt die beste Phase, weißt du? Ich dachte, ich schaffe das. Naja, was willst du machen? Da freut sich ein anderer drüber. Wir machen den aber ganz schön kaputt. Vorsichtig. Ist die Mutter der Porzellankiste? Keine Sau. Ich kann so wieder nichts sehen. Was? Ja, leg mir doch einer am Ohr. Ach, schade. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir halten den Kampfläufer ein. Ich will die meinen Laserschmett haben. 31 mit Assists. Ist ja nice. Der Gegner war echt schwach. Der Gegner war echt schwach, ne? Ray hat Ray getötet. Ray, ich weiß nicht, wie ich mit dir spielen soll. Du bist voll komisch. Warum nehme ich denn auch gerade Ray? Ray? Noch einer. Die werden andere zerstört. Schaffe ich den mehr. Boah, das war so hyperknapp, ey. Wie gemein. Ich bin ein bisschen besser klar mit dem Luki. Kampfläufer unter Beschuss. Panzerung löst sich. Er ist zäh. Er wird's überleben. Boah, der war aber fast im Arsch. Kampfläufer durchbrichten Basisverteidigung. Bereit machen für Frontalangriff. Sie sind jetzt zwei in Panik, aber eigentlich müssen sie nur noch fliehen. Wir hingegen müssen die Basis abriegeln, bevor sie erst am Tag mit der Evapriierung beginnen. Kämpf für die Rebellion und für die neue Republik. Das muss ja dauern. Ich habe zu viel Zeit verloren. Bindung damit! Was? Okay, greif niemals mit Luke eine LTS-T an. Das sah schon sehr episch aus, ne? Aber hat jetzt nicht viel verursacht. Also wir haben ihn kaputt gekriegt, aber das Einstürzen des Dings hat mich auch kaputt gemacht. Attack! Boah, was geht denn ab hier? Was war das denn? Ich habe gar keine Chance gehabt. Wir hatten neun Kills und 15.000 Punkte. Und wie macht man denn sowas? So. Das ist ein bisschen sehr... Überlebt man nicht lange, wenn man da reinrollt. Da ist nicht viel zu machen. Andere Klasse. Der Sniper räumt hier nicht mehr ab. Hat ja ein paar gemacht. Mit dem Snipper-Riffle. Gibt's doch nicht. Und dahinter mit dir stand wieder einer. Es war so sonnklar. Alle zusammen! Arrrr, aber... Verbündeter trifft einen. Sieht aus, als hätten wir einen Freund. Nicht drüben, da kommt sie! Granate! Komm, komm, Leute! Ja, immer nur Assists. Wir kennen Andriff. Sie nehmen die Barbe bei! Halt, wir krachen! Oh. Einmal hier. Ich verliere an Bogen. Noch ein letzter Vorschloss. Oh. I don't know. See nicht. Oh. Der läuft einfach mit dem Weg rum, nja. Boah. Was geht hier ab, Alter? Waffe überhitzt ich mich gar nicht. So. So schön Ende. So schön episch. Und Plätzchenplatz? Nein, ne? YouTube-Brettzmann-Spieler. Dritter. Schöne Sieger-Pose, oder? Ja, boah, 15.700 Punkte, nicht schlecht. Und hier fehlt nur noch 9 Kills. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.